Es darf wieder funkeln und glitzern. Zur Oscar Night führen die Damen und Herren der Schöpfung die tollsten Roben und den schönsten Schmuck aus. Doch es gibt da eine Kategorie an Frauen, die scheinen noch mehr zu schrallen als die anderen. Unter ihnen Nikki Hilton. Und der Glow hat auch einen Grund. Denn die Hotelerbin präsentiert im Dolby Theater in Los Angeles nicht nur ihr wunderschönes pinkes Kimonokleid, sondern auch ihre süße Babykugel. Im Sommer erwartet die Blondine ihr drittes Kind. Und nun zeigt uns die 38-Jährige unter Perlen verborgen ihren ganzen Stolz auf dem Red Carpet. Doch nicht nur die zweifache Mama präsentiert ihr Babyglück bei den Oscars 2022. Auch Moderatorin Lettlie Lopez beweist, sie ist stylisch für zwei. Im hautengen, waldgrünen Kleid mit meterlanger Schleppe präsentiert die Frau eines Piloten ihren runden und wunderschönen Babybauch. Auch bei der amerikanischen Dokumentarfilmerin Elisabeth Mirjai hat der Storch zugeschlagen. Ihre Babyrundungen setzt die Filmerin gekonnt im ebenso glänzend grünen Kleid mit Wasserfallausschnitt in Szene. Eines sorgt für eine Riesenüberraschung. Sophie Turner, bekannt aus der Serie Game of Thrones, führt ihre wunderschöne Babykugel im Rahmen der Vanity Fair Oscar Party zum ersten Mal in der Öffentlichkeit aus. Ihr bodenlanges, leuchtend rotes Kleid, das perfekt mit ihrer Haarpracht harmoniert, umhüllt gekonnt ihr ganzes Glück. Einen Wau-Ausschnitt trägt bei diesem Paar Ehemann Joe Jonas. Doch den stellt die werdende Mutter mit ihrer Glamourrobe gekonnt in den Schatten.